Das wäre nicht das erste Mal, dass ich töte. Bei mir auch nicht. Fuck, ich habe mich nicht getroffen. Ah! Leute wie du haben es nicht verdient zu überleben! Leute wie du haben es nicht über... Was?! Oh Gott, stell mir los! Scheiße! Ich kann nicht mit zwei Sachen in der Hand haben, Mann. Ich bin eh schon so angepisst gerade die ganze Zeit. Oh Mann, ich bin schon fast tot, Alter, what the fuck?! Ja, ist das schon wieder, oder? Wie... Ey, what the fuck ist falsch mit ihm? Warum sind denn nicht schon wieder Menschen, Alter? Ich dachte erst, sie wären freundlich, aber... Warum will mich immer jeder umbringen? Hallo? Verstehst du denn da nur so dumm rum? Warum muss ich überhaupt... Nehmen sie den Aufzug zum... Ja... Ja... Ich muss jetzt hier ganz einfach ruck im Weg wieder normal... Zurück... Okay... Alles gut, ich lebe noch... Uh! Mann, ist das geil! So... Okay... Nehmen sie den Aufzug zum... Game in the Ex... Planet Solutions... Muss ich hier hin? Nehmen sie den Aufzug zum Game in the Ex... Was?! Ja, wow! Hast du ja früh gemerkt! Wo ist das? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Was? Ich soll... Was? Hä? Hier bin ich... Hier bin ich... Hier bin ich richtig! Was... Was soll ich denn hier machen? Hier... Muss ich verarschen? Wow... Ja, keine Ahnung... Hier... Boom... Muss ich vielleicht nach oben... Scheiße! Oh... Oh... Gott, das will... Ich hab nicht den Flammenwerber ausgerüstet... Ich weiß nicht... Oh... Neu aktuellen... Ach... Ich muss einfach glaube ich laden... Oder ich starte gleich das Spiel neu... Keine Ahnung... Ey, es ist unglaublich... Der wird mir die ganze Zeit da angezeigt... Ich weiß nicht... Was ich machen soll... Nehmen sie den Aufzug zu... Gimme... Gimme die Explanate... Solutions... Den Aufzug... Ich suche einen Aufzug... Okay... Ne... Hä? Ja, was? Hä? Ey, what's the fuck? Ist falsch mit dem Spiel... Oh mein... Gott... OOOOOOOOH... Mann, du bist so ne Mongo... Warum dieses Spiel? Geht mir so aufs Sack... Aber ich weiß jetzt glaube ich, wo ich hin muss... Das ist kein Bug... Ich bin einfach nur inkompetent... Ich muss nämlich nach oben... Ich muss gar nicht nach unten... Na na na... You can dance... You can dance... Da 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 da... Uuuuuh... See that girl... Watch that thing... Da 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 da... Hey... Na du? Dann musst du mir nicht mal Leben abziehen... Du Penner... Ich hab eh schon so wenig... Verflucht seist du... Du Ban... Ich bin auf dem Tisch drauf... Ahhhh... Ahhhh... Alter, nicht gut... Ja... Hier muss ich lang... Ahhhh... Ahhhh... Meine Fresse... Und ich guck hier dumm rum, ey... Ey, das ist unglaublich... Mann, warum zeigen das nicht an... Ja, da musst du hin... Aber im oberen Stockwerk... Nicht unten... Ich bin die Idee... Oder noch durch den scheiß Lüftungsschart gelaufen... Ey... Weil ich dachte... Oh ja, da geht's vielleicht weiter... Anjeh... Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden... Es gibt einen Lastenaufzug, den sie nehmen müssen... Aber er ist nicht mehr in Betrieb... Seit Six und Gemini die Gelder gestrichen hat... Ja, ich muss erst mal... Es ist überall so leer... Es ist überall so leer... Sind da Menschen? Hallo? Hm... Ey, was machst du hier, Junge? Alles okay? Sie sehen ganz schön mitgenommen aus... Du kannst reden... Alter... Krass... Scheiße, wie nennt man das nochmal, wenn man... Reden kann, ohne seinen Mund zu bewegen? Bauchrednerpuppe? Ne... Bauchredner... Es ist im Lagerraum direkt vor ihnen... Und tun sie es leise... Und das... Oh ne... Was ist denn jetzt hier los? Schon wieder alles... Dreck... Bis jetzt wollte es niemand... Aber das bedeutet... Dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind... Okay... Genug Rede jetzt, Waits... Das ist halt echt so... Halt mal die Schnauz... Danke... Warte mal... Ah ne, ich muss da lang... Ich dachte grad, hey... Als ob ich nochmal zurück muss... Das ist ja halt doch voll dumm... Als ob das Vieh jetzt sofort kommt, ey... Alter... Ich werde... Ich werde nicht sterben... Oh mein... Bringt mich um... Monster... Du kannst jetzt wieder gehen... In dein Löschlein... Ich bin nicht da... Ich bin nur... Und da... Nimm dich... Und ganz lieb... Und frei... Und ich bin total... Das englische... Die man braucht sich zu fürchten... Ich bin ein netter Mensch... Das ist wichtig... Ja... Ja... Halt die Schnauzkamera... Ich muss jetzt hier hin, ey... De Kacke... Hallo... Wie geht's dir, Boy? Also... Du bist tot, also... Und upgrade! Geil! Ich würde jetzt zu gern die Plasmastelle benutzen, aber... Ähm... Ja... Sie haben auch das Problem mit diesem kleinen Bubu, der mich umbringen möchte, ne? Ja, komm, jetzt geht's mal los hier, ey... Oh, du Scheiße! Ja... Ja... Schneller... Schneller... Ich will nicht sterben... Ich hänge an meinem Leben... Hm... Na? Alles gut, ne? Ne, der ist jetzt... Ne, jetzt hab ich die Tür jetzt aufmachen, ich bin doch nicht dumm! Haha! Kannst mich mal! Ne, 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 komm! Du kannst jetzt wieder... Okay, ich hab alles zurückgenommen, du bist nicht dumm! Du bist schlau! Haha! Bitte... Bitte z... Bitte zwing mich nicht dazu! Ja, jetzt... Zisch mal ab wieder hier! Wiedersehen! Mann, dieses Vieh ist echt unglaublich nervig, ey! Ich bin echt großkassig, wenn man den... Flamme fahren, merk ich grade! Ja... Hat man aber auch verdient, nach der ewigen... Ewigen Qual, die man mit dem Scheißvieh erleiden musste! Da muss man ein bisschen großkassig sein, Mann! Also echt! Ich bin ja auch freundlich gesonnen... Ja, ne, ne, komm! Ja, ne, ne, komm! So dumm bin ich nur wieder nicht! Als ob der zu rein rennen würde, ey! Scheißdreck, zieh! Okay! Wollen Sie mehr über Sebastian Post Sicherheitsvorschriften erfahren? Nee! Nee, lass mal! Ich muss hier den... Genau, ich muss hier oben an dem Terminal dran! Wenn der Typ dahinter ist, dann werd ich da dran gehen! Und das Vieh ist grade... und das war schon... Und ich bin in der Fall von Apollo. das vaatma ist, mit dem Verstoß erzeichnet. Und... den Bericht an Apollo! Nein, 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 nein. Du mieses Scheißvieh! Als ob das hier hingespringet ist, du mieser Bitch. Wie die Mongo? Alter, what the fuck? Wie soll ich denn hier wegkommen? Oh, wenn er hier immer und immer wieder wieder herkommt, wie soll ich denn da bitte hier vorankommen? Ja, fuck. Oh, der Boroboter ist verpackt, kann das sein. Ja, der steht da nur dumm rum. Ich muss das Risiko eingehen. Nein, du bist nett. Der Zugang zu dieser Anlage ist besuchern untersagt, außer sie sind Teil einer Silvastopol-Verkaufstour. Ja, jetzt ist er böse. Oh, es ist so grausam, dieses Spiel. Es ist so grausam, das Blut, das zeigt aus meinem Körper und die Hand des Todes bricht über mich herein. Ah, ich schwöre bei Gott, ich bring dich um gleich, du Kack. Rotz, Androide, ich schwöre bei Gott, ey. Deine Mutter. Ja, wunderschönes Leben, halt die Fresse, du Bitch. Ja, Schnauze. Fotze, ey. Du bist grad irgendwie ein bisschen. Hä? Willst du was, hä? Verpiss dich! Junge! Sich ab, man! Ich hab keinen Bock mehr! Willst du stressen, oder was? Verpiss dich in dein Loch, du Hure! Mein Gott, jetzt geh mir auf den Sack hier! Ich werd jetzt hier durch, man! Scheiß viel, man! Nur du, Mongo! Alles mit dem Androide zusammen, ich hab schon verstanden! Nur ne Fats, ey! Geh mir langsam auf den Sack hier, eine! So im Verstecken! Hätt ich mal früher gewusst, man! Oh ja! Ich warte, du bist die Androide, die dich schön packt! Und dann kann ich dich abstechen, du Mongo! Ja, fick dich! Ja, ich sag doch, der hat Androides... Böse! Hä? Mit dem Grötchen! Och, Bubu! Bist du wieder am rumschleimen hier? Ey, du bist ja widerlich, ey! Ist ja ekelhaft! So! Bist du weg? Oh! Was?! Arsch! Pfff! Hehe! So, wie war das nochmal angenommen? Upgrade! Gell! Wusch! Rein den Cock, ey! Jetzt geht's ab hier, schwirr! Pimpin! Okay, ich muss jetzt da rein! Und der Androide fängt mich an umzubringen, wenn ich da hingehe! Das Vieh ist irgendwo da! Jetzt ist er weg und ich kann diesen Scheiß hier machen! Ich spritz hier übelst rein in diese Rotze! Ich werd dieses Scheiß... Hallo! Hallo! Ich kann den Cock nicht mehr abbrechen! Das heißt, wenn der gleich kommt, bin ich tot! Bin ich recht in der Annahme, dass das viel lieb ist, solange ich hier bin? Und noch nichts angetatscht hab? Ja, das ist tatsächlich so geil! Ja, das ist tatsächlich so geil! Ich hab' ein Dämmungsverstöß verzeichnet! Alter, du machst dir alle Sauerei! Lass die Scheiße doch mal! Und ähm... Und ähm... Jilsa... Jilsa! 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 Jil! 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 Jil!